Grüß Gott und herzlich Willkommen zur vierten Lektion zur Geschichte der Mathematik. Mit dieser Lektion beginnen wir den zweiten Block der Vorlesung, der aus insgesamt drei Lektionen bestehen wird, die sich alle so im Wesentlichen ums Antike Griechenland drehen und wo es am Schluss auch noch kurz ums Antike Rom gehen wird. Aber jetzt fangen wir mal vorne an mit der Lektion von heute. Heute geht es, wie gehabt, erstmal mit einem kurzen Überblick los, wobei ich diesmal eher so auf Quellenlage und die mathematischen Entwicklungen mich beschränken werde. Geschichte Griechenlands ist ja schulisch auch ein relativ breitbarkertes Thema und da setze ich so ein klein wenig mal auf ihre historische Schulbildung als Voraussetzung. Zudem gehe ich nicht ganz strikt chronologisch vor. Wir beginnen wieder mit etwas, was auch am Anfang ist, so Zahlzeichensystem und Rechnen. Ich ziehe dann aber Euklidselemente vor, die eigentlich aus einer späteren Periode stammen, weil uns aus den früheren Perioden teilweise einfach die Quellen fehlen. Von den vier Hauptperioden der antiken griechischen Mathematik kommt dann schließlich noch die erste Periode, die sogenannte ionische Periode, in dieser Lektion explizit vor und bildet auch deren Abschluss. Vorab noch der Hinweis, Sie werden mich in dieser Lektion etwas seltener im Bild sehen und die Tonqualität wird stärker schwanken. Und ich sage auch etwas öfter so Äh und gut und so und andere Füllwörter, da ich aus Zeitgründen, Zeit war diesmal etwas knapp, stärker auf Recycling von Auszügen aus Vorlesungen der letzten beiden Jahre einfach auch zurückgreifen werde. Üblicherweise sagt man der griechischen Mathematik der klassischen Antike nach, dass sich diese grundsätzlich von der Mathematik der Mesopotamia und Ägypter unterscheide. Diese klassische Periode, die beginnt vielleicht so um 400 vor Christus. Es ging jetzt eben dann in dieser Periode anders als bei den Mesopotamiern und Ägyptern nicht mehr nur um Prozeduren, also das Wie etwas funktioniert, sondern zunehmend auch um Begründung, also die Frage, warum funktioniert denn etwas. Korrekterweise müsste man eigentlich sagen, das, was uns von der griechischen Mathematik überliefert ist, unterscheidet sich grundsätzlich von dem, was uns von der Mathematik der Ägypter und Mesopotamia überliefert ist. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es auch dort Ansätze zu so einem begründenden Mathematiktreiben gab. Wir haben aber keine Quellen, die das belegen könnten. Aus den philosophischen Schriften von Platon, Aristoteles und anderen lässt sich hingegen sehr klar belegen, dass Mathematik in der griechischen Antike eben nicht nur als eine hilfreiche Technologie verstanden wurde, mit der sich das Zusammenleben und Arbeiten der Menschen irgendwie besser gestalten lässt, sondern dass es hier ganz ausdrücklich um das Betreiben von Mathematik um ihrer Selbstwillen ging, dass diesem Betreiben von Mathematik um ihrer Selbstwillen sogar philosophisch gesehen ein höherer Wert zugestanden wurde als der Mathematik als einer Technologie. Warum ist das so, werden wir noch ausführlicher thematisieren. Es scheint jedenfalls nicht unwahrscheinlich, dass auch die Organisationsform der Gesellschaft, so Stichwort Polis, Stichwort Demokratie, da nicht so ganz unschuldig dran gewesen sein könnte. Auch für das antike Griechenland ist es nicht ganz unwichtig, sich die Quellenlage zu verdeutlichen. Diese ist allgemein deutlich besser als für Ägypten und dadurch, dass man Schrift und Sprache hier in einer deutlich entwickelteren Form findet, als in den frühen Perioden in dieser babylonischen Mathematik, ist es auch tendenziell besser als bei den Babyloniern. Der kleine Haken ist allerdings, dass diese Verbesserung der Quellenlage eigentlich erst so für die Zeit ab etwa 300 vor Christus gilt und dass wir zusätzlich sehr viele Quellen gar nicht vollständig als zeitgenössische Quellen haben, sondern die vollständigen Überlieferungen sind deutlich jüngere Abschriften, die dann teilweise so fast tausend Jahre später datieren können als die eigentliche Entstehungszeit. Das gilt zum Beispiel auch für die wohl bedeutendste Quelle der Mathematik der griechischen Antike, die berühmten Elemente des Euklid. Von der verfügen wir wirklich nur über so ein paar kleine Fragmente und ansonsten sind wir auf sehr viel spätere Abschriften angewiesen und einen ganz wichtigen Beitrag hat da auch die arabische Mathematik geleistet, dass das überhaupt in der Form erhalten geblieben ist. Die TheologInnen unter Ihnen kennen das dann vielleicht auch. Man versucht dann aus diesen jüngeren Quellen durch so verschiedene Abschriften so eine Art Synopse zu klären. Ja, welche Teile waren denn jetzt wahrscheinlich schon im Original drin? Was sind Ergänzungen und Korrekturen von so späteren ÜbersetzerInnen und HerausgeberInnen gewesen? Aber ganz klar ist das dann natürlich nicht. Mit der griechischen Antike ändert sich auch die Frage der Zuschreibung von Leistungen zu Personen. Das haben wir ja bei Ägypten und Mesopotamien quasi gar nicht gehabt. Hier hat man das jetzt. Es bleiben aber eben auch Zuschreibungen, teilweise eben Zuschreibungen, die auch schon ja dann in der späteren Antike getroffen worden sind. Aber bei einzelnen Personen daran zu denken, dass das immer die ErfinderInnen oder die EntdeckerInnen von etwas sind, das ist schwierig, weil die eben oft auch so das allgemeine mathematische Lehrwissen ihrer Zeit einfach dokumentiert und zusammengeschrieben haben. Und wenn ich daran denke, sage ich sogar hin und wieder auch noch dazu, wenn für eine Person aus heutiger Sicht noch gar nicht so ganz klar ist oder man sich sehr unsicher ist, ob man die wirklich als historische Person ansehen soll oder ob man vermutet, dass das halt der Name einer Person ist, die quasi so stellvertretend für eine bestimmte Schule stehen soll. Was Ähnliches gibt es dann sehr viel später im 20. Jahrhundert bei Nikolaus Bourbaki. Da ist ganz klar, das ist einfach ein Pseudonym von so einer Gruppe von MathematikerInnen. Aber auch selbst sowas wie Pythagoras weiß man nicht ganz sicher, ob historische Person oder nicht. Es verbleibt dann noch Hypatia. Das ist so die erste Person weiblichen Geschlechts, bei der wir aufgrund der Quellenlage relativ gut nachvollziehen können, welche mathematischen Leistungen sie konkret erbracht hat. Wir wissen aber, dass schon in der Akademie des Platon, also zu dieser athenischen Periode, sowohl Schülerinnen als auch Schüler ganz selbstverständlich aufgenommen wurden und da auch Mathematik studiert haben. Das soll dann als Überblick erstmal schon genügen. Im ersten inhaltlichen Teil wird es dann wie schon erprobt um Zahlzeichensystem und Rechnen gehen.